Wir sind wieder zurück bei einer wunderbaren Folge von Let's Play TCT und heute gibt's Wasserwelt, ne? Geh mal Wasserwelt rein? Endlich mal wieder. T-Welt, T-Welt war alle, da gibt's heute Wasserwelt. Wasserwelt, ey. Cola-Welt durfte man mit dem Copyright nicht machen. Hä, was ist das? Die ist bloß, das ist immer am Anfang. Das ist immer am Anfang. Hä, ich kenn das gar nicht. Was kennst du nicht? Ich glaub, irgendwas hast du da reingemacht, Paden. Schaut euch doch einfach mal die DVD-Playlist an und dann wisst ihr warum, also bei jedem von uns natürlich, und dann wisst ihr genau, warum wir uns entschieden haben, erstmal zu viert zu spielen, weil wir einfach so geil sind. Wir finden uns gegenseitig so geil. Boah, das hast du schön gesagt. Und wir haben uns im Swingerclub kennengelernt, alle. Das stehe ja an. Das konntest du noch so oft in die Kommentare schreiben, die Leute, die einfach so... Also ich bin einfach mal dafür, dass wir vielleicht Jogi Löw einfach mal einladen. Ja, da bin ich dabei. Jogi wer? Jogi Löw. Jogi Löw, der hat's auch drauf. Der spielt auch selber, der spielt viel zu Hause, also privat. Ja, der riecht doch immer an seine Eier. Hä? Was? Wie soll ich denn hier Wasser ablassen? Bist du doof? Warum lacht die jetzt so? Oh, was ist denn da los, Pader? Ja? 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 Warte, Tobi, was kann ich dazu auf mich zu ziehen? Oh, was ist los, Pader? Tobi, hör auf damit! Was soll ich schweiß? Tobi, hör auf damit! Hör auf damit! Du bist voll das Arsch, ey. Hör auf damit jetzt. Los, los, Pader. Bist du nervös oder was? Hm, Pader? Wer ist das? Ja, komm, ich rutsch jetzt. Ey. Ah, ich rutsch jetzt! Alter! Was war das denn gerade, Alter? Was war das denn gerade? Mäh, Alter. So. Ja, Pader, tut mir leid. Was war das denn gerade? Ich hab keine Huni mehr, ey. Das war von Unverschuldigung. Musst sie nicht. Aber hey, ich bin schon zusammen lernen. Du musst nur mit der Pan das Wort mit ihr reden, weil die schmeißt es einfach so mit Babys. Ja, das war eine Notentbindung. Das war so eine Gartenentbindung. Boah, Tobi, Tobi, wenn du wüsstest einfach nur. Wenn du... Tobi, ey. Ich hoffe, du wirst es nie erfahren. Tobi, möchtest du mal bei uns immer nachden? Mit was? So in nächster... Jetzt hab ich noch mehr Angst. Ja, du weißt, wie du auf den Zusammenhang jetzt gekommen bist? Nein. Jetzt hab ich noch mehr Angst irgendwie. Es... Komm, du weißt genau... Ich möchte Tobi einfach... Ich möchte Tobis... Schocktes... Gesicht sehen. Und wenn möglich noch mit ein bisschen Kotze sozusagen... Im Zusammenhang ist das... Innozent. Im Zusammenhang ist das übrigens sehr komisch. Innozent. In welchem Zusammenhang? Ich denk vorhin nicht zweideutig. Du musst das vielleicht ein bisschen mehr erläutern, was du damit überhaupt meinst. Ne, will ich ja nicht. Ne, ich nehm das nicht vorweg. Ja, okay. Offensichtlich. Offensichtlich. Alles klar. Das war der Erik. Was? Ich steh hierhin grad. Ja, du hast doch die Paare mit dem Baby gelaufen. Ich hab niemanden gekillt. Hä? Ich steh hierhin grad! Du hast die Waffe gewechselt! Bist du scheiße? Ich stand da hinten und bin voll unschuldig. Wir ist bis zum Schluss immer noch durchsiegst, dass du schon tot bist. Was soll das denn?! Hier, Tobi war's! Das hab ich gesehen, Tobi's Traitor! Tobi ist Traitor, da, da sind wir uns nochmal. Alter Tobi, was ist mit dir los? Boah, da glauben die alle, ich bin zu Hater. Nur weil mir so ein Baby aus der Vagina flutscht. Was ist denn los? Boah, Martin! Hinten raus kam es doch. Was stimmt denn mit dir? Richtige MRI. Wieso? Hä? Hast du was gegen das Wunder der Geburt? Hast du Menschheit so sehr erfahren? Scheiße, ich kann nicht mehr... Hörst du mal auf jetzt? Nein. Ey! Oh! Ähm. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Äh, das war grad noch Preparing, Alter! Das war doch grad alles noch Preparing! Ah! Das hab ich nicht gewollt! Du Arsch! Ich schwöre, das hab ich nicht gewollt! Wir haben grad Preparing gegenseitig auf uns geschossen! Wegen der letzten Runde, weil er mich umgebracht hat! Curry, nein! Curry, nein! Curry, nein! Curry, es tut mir so leid! Alter Curry, es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht! Komm mit mir mit, Curry! Oh, 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 oh! Jetzt haben wir es wieder gemacht! So, tschüss Leute, ich bin mal weg! Äh, ja, ja, die Pader ist es logisch! Ich dachte, du bist gerade noch, ich wäre Traitor gewesen, aber jetzt bin ich dann doch keiner! Ist das dein Ernst? Hä? Hä? Wann jetzt? Alter, da hat der auch noch Glück und ist Traitor, ne? Ist das dein Ernst? Ich wollte den Kamerl wirklich nicht umbringen! Ja, ich war... Er steht da mit seiner riesen Wumme und dem... Ich wollte gerade noch... Ich dachte, ihr beide geht jetzt lang, dann kann ich bequem von hinten so auf euch zielen! Alter, das schirrt's doch nicht, ey! Weee! 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 Wollt gar nicht schießen! Pan, es tut mir leid! Ja... Es ist ja... Wie konntest du das wissen? Mal ganz im Ernst! Weil die beiden freiwillig sofort runtergerutscht sind und du hast dich dann da oben nochmal schnell umgedreht! Und hast auf mich gezielt... Das ist der... Das ist der Unfall! Du wolltest grad weglaufen, ne? Ich möchte bitte, dass sich alle in den Kommentaren sofort aufgeben! Du wolltest weglaufen fahren! Können wir bitte alle sagen... Können wir bitte alle sagen, was das für eine Scheiße ist? Das geht mal gar nicht, ey! Ich nutze jetzt diesen... Hier kommt keiner durch! Hier kommt keiner durch! Oh, schade! Oh Gott, was vom Himmel! Ach, diese Dinger hier fliegen... Das war mein Pimmel! Bitte was? Bitte was? Nee, diese Koffer, die hier rumliegen! Nee, diese Koffer, die hier rumliegen! Oh Gott, leicht! Wo bist du? Ich schieß doch nicht auf die! Ich bin ja nicht Traitor! Huah! Jetzt seid ihr mal ein einzigen, die davon... Curry, wo kommst du gerade her? Hä? Ich kam hier gerade rechts runtergelaufen! Hier! Bei der Treppe! Okay, der Erik ist tot! Ja, dann kommst du aber auch von der Seite! Wie der Erik ist tot! Was war das nicht? Paar oder Curry? Noch keiner diesen Hook benutzt? Man darf sich aber nicht erwischen lassen dabei! Hey Curry! Ist doch noch keiner der Traitor diesen Hook benutzt! Ich lebe noch! Scheiße, das kann ich auch nicht benutzen werden! Äh! Was ist das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das? Das war ein Fass, glaube ich, ne? Soll denn die Scheiße? Paar, guck mal mit, guck mal! Hast du dich gerade genannt? Ich wollte hier versuchen, hochzugehen! Tori, guck mal! Nee, 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 guck mal, guck mal! Paar, guck mal! Tschüss! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Vielen Dank für Zuschauer und bis zur nächsten Folge! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Immer noch am Map testen! Voll geil! Tschüss! Tschüss! Ja, tschau, ne? Tschau! Hey, hey, hey! Ach, das ist das! Ja, dann kommt man woanders irgendwie! Hä? Ich weiß nicht, wo ich bin! Ich sehe nichts! Die hast du, glaube ich, schon mal mit uns gespielt, oder? Ich glaube, ja! Tobi! Wüsste der, dieser Mann, dieser Formiert heran? Kommt man hier raus? Ich weiß es nicht! Ach, mach mal F ran! F kann sich das Schlampe anmachen! Durchs Wasser vielleicht? Wieso, ne? Ja, und wenn er da reinkommt, ist er tot! Hört sogar hier vielleicht? Oh! Ach so! Hä? Was? Voll! Was ist das denn real ist hier? Curry 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 Ich bin tot und zoome so aus der Map und bin so vor der Höhle von diesem Eingang von außen und sehe so wie er einfach so Wo sind wir? Oh nein, wo sind wir? Und so direkt am Eingang und dann so, oh, oh, guck mal Aber ist ja auch keine Leiter, du siehst gar nicht, dass es da rausgeht Mach mal, komm, komm Dann ballern wir los, komm, wir ballern Okay, jetzt komm ich auch nicht mehr rein, ich stecke auch fest Du bist auch hier drin, dann müssen wir uns alle kommen Schießt los, wenn irgendwas passiert, dann müsst ihr los schießen, Leute Okay, wer ist hier Traitor von euch? Ja, der Erik ist es doch Ja, natürlich, ich bin immer Traitor Der ist es, der ist es Natürlich bin ich immer Traitor Wir sind hier einfach so ein menschliches Kaugummi, Alter Schießen, schießen Oh nein Yeah Was geht, Leute? Du? Ja, natürlich Guck mal, wie wir aussehen Guck mal, wie wir aussehen Ihhh 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 Tobi, hör auf Äh Was war das? Was war das? Was zur Hölle? Was hast du gemacht, Pan? Ich hab Fallschaden Pan, was hast du gemacht? Ich hab Fallschaden Ich hab Fallschaden Du hast'n Vollschaden Warum sagst du? Warum sagst du? Ja, das passte grad so lustig mit dem Spruch Tut mir leid Hm? Alter Das macht mir sauer Ich hör' nur von der Hölle so Hat's noch eben jemand erwischt? Der Tobi ist reingefallen Ich bin gerne, das ist noch gefallen, um Eriks Let's Play zu bereichern Ja, geil Was war das? Öh? Pan, das ist der Schlampe, Pan ist traitor Ähm Äh, Leute Ich bin fast tot, hör mal auf Du hast auf mich geschossen Ich hab' dich auf dich geschossen Ich hab' dich geschossen Hör auf jetzt Was soll das, Alter? Ähh Echt? Tobi, kannst du mal aufhören, damit immer wahllos Leute zu sehen? Ja Was? Was? Du bist so bescheuert, ey Was willst du nicht von mir, Curry, ey? Hey, was ist denn jetzt wieder dein Problem? Ich weiß doch nicht immer so Der Curry zieht mich dann immer so an von der Seite Ihr seid doch nette Boys, mach das doch nicht Ich bin gleich mal ein netter Boy da im Bett Was? Ist der mit dem Bild schon wieder durch? Was? Tobi, man Am geilsten ist immer noch Ich hab' eine reine Haut Tobi Tobi's traitor Ja, auf jeden Fall Komm, er schießt mich, komm Brüste für die Klicks Das ist doch super Das ist doch super, oder? Kommt doch super an, oder? Ja, ich hab' ja jetzt Also er hat mir auch gesagt, ich soll wie Twitch-Streamerin drei BHs übereinander tragen Und ich soll mir mit so einem Bronx-Sort soll ich mir so einen Ausschnitt schminken Das hat der mir gesagt Das ist nicht mal gelogen Das hab' ich gesagt Du kennst doch diese Tricks, wie die Twitch-Streamerin das machen, dass die Brüste so schön zur Geltung kommen Ja, da hab' ich ein Video von gesehen, das haben wir zusammen gesehen Nein, ich hab' das nicht gesehen, du hast das gesehen Du hast mir noch einen geschaut Mit der alten, die sich da drei BHs dran macht Damit die Brüste richtig zusammengequetscht werden Und dann malt hier noch so Schatten zwischen die Brüste Und dann hat der gesagt, dann machst du dir so Smoky Eyes Schmoky Eyes Und guckst mal ganz lieb in die Kamera Mhm, 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 mhm Wer nennt sich denn Aufreißbärbel bei Nachbarschaftscamps24.com Lacklederaufreißbärbel bitte, ja Oh, Connection Failed Warum? Also der, der Bildschirm zwischen den Folgen, den werden wir auch noch Ein bisschen aufpippen, das ist gerade einfach nur so ein bisschen provisorisch Da machen wir noch Musik rein Ja, mit so Lichtshow und Nacktbäder von uns allen da Ja, aber mehr von Tobi, nur da gibt's nämlich mehr von Ja, von Tobi so auf nem pinken Plüschbett Ohne irgendwas anderes Wie du bist? Ach, Kollision war das Mit so nem Plüsch-Einhorn Einhorn Tobi is real Nee, ne war keine Alexa Tati aus Geht das so? Ne, ne? Wie Tati aus? Lampe Range heißt die Ah, scheiße, Lampe Range Ja, aber die ist gar nicht damit verbunden hier Hä, die sind beide verbunden, natürlich Du kannst das sagen Ja, aber das Ding ist im anderen Zimmer, der hört mich nicht Du musst du schreien Hä, wer ist Alexa? Alexa! Lampe Range aus! Nein, das geht nicht Boah Tobi ey Wenn ich irgendwann Traitor bin, dann bist du einfach tot Echt? Das ist überraschend, Alter Hast du dann vor mich zu töten, Kirby? Traitor! Traitor! Ich töte dich jetzt Ich bin nicht zweit gegen mich das noch Scheißegal Komm her, Mann! Komm, Tobi, komm Los, komm, Curry, auf Könige, du dich mal anmachen? Lass doch, komm, Tobi Hab doch mal Eier in der Hose, Curry Ja, komm, Tobi Wo bist du? Deine skinny jeans Tobi, Alter Komm, kill mich Was war denn? Nix Curry lebt immer noch Ich hätte das anders erwartet jetzt gerade Ich stell mich hier mit Selbst an den Pranger hier Ist Tobi, den hab ich getötet Ich bin trotzdem kein Traitor Aber ich geh jetzt hier Ne? Du hast Tobi getötet? Ja, das war aus Versehen Ich bin gestolpert Ok, der wird mich jetzt kommentarlos killen, glaube ich Nein Das war nicht das Ich find's gut, dass du einfach Weißt du, du bist einfach konsequenter wie deine Mutter damals Ach Tobi Alter, was ist ja Sehr schön, die beiden Dann müsste ich dich eigentlich nochmal töten jetzt, ne? Komm, komm, töte mich Was ist da los? Du darfst mich einmal anschießen Ach Quatsch Wie sieht denn die Gunnen aus wenn man die nicht benutzt Wie sieht denn die aus wie eine kleine Diegel Tobi? Da ist er! Leute! Wo denn? Nein! Was? Ich wär vorhin so... Das ist dieses... Dieses... Zeichen wo die... Weiß die Leiche mit dem... Stein oben drüber Tobi Tobi Jede Runde Was? Da musst du immer irgendwie... Objekte oder so anschießen Ich glaub das ist die einzige Waffe die bisher noch niemand verstanden hat Ja toll Genau Die mag ich gerne Also Gute Nacht Alles klar Vielen Dank für's Zuschauen Bis übermorgen Tschau Tschüss Tobi Ich glaub es hackt Ich glaub es hackt Oh 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 Kann man jetzt vielleicht kürzlich auch da Ich will die Box sein Nooo Bist du auch Traitor? Bist du auch Traitor? Nein Macht jemand mit mir im Netz springen? Bist du auch Traitor? Hier guck mal ich bin Traitor Äh ne ich bin innocent Ich spring jetzt Warte der Curry spring Ey Warte mal Pan Hier da siehst du uns Oh Gott isch Schön Das ist deinely things map ne? Kann das? Die ist voll gut Ich mag die Map voll gerne Viel Spaß Ich fühl mich auch wohl Wie in meinem Eigen Zimmer ader burns Ok dann äh ich geh schonmal wieder raus Ja ich geh raus Tobi entspann dich mal ne Runde Tobi, werd gesund. Ja, wie gesagt, ich komm mir jetzt mal Schnaps hinter die Ohren und wir pennen. Ja, geil. Da würde ich erstmal Fußball anmachen im Unterhemd und dann erstmal fetten Schnaps. Schön weiß Ripp und in der Unterhose. Ja, sehr gut. Fiss gelb. Die kommt so zum Spieltag raus. Hallo, hallo, hallo. Du bist ja wundet. Achso. Das spielt offenbar keine Rolle. Ja, ich wollte den Headcrab Launcher machen. Okay, dann bin ich, ich bin schon mal aus dem Spiel raus. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Oh, hä? 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 Ich hab die Folge schon längst beendet. Achso, ich hab einfach weiter aufgenommen und meine Webcam ist eingefroren. Irgendwann unterwegs. Oh nein. Oh nice. Ja, das ist geil mit eingefrorener Webcam. Ja, dann verabschiede ich mich trotzdem nochmal. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschö, mit Ö. Tschö, ich hatte schon aus. Soll wir anfangen? Der Tobi ist doch gar nicht da. Noch eine Runde, ne? Achso. Auf dieser Karte. Alter. Ja gut, dann könnt ihr jetzt nochmal Resident Evil nehmen, oder? Pan, zeig mir mal ein paar Trader-Tricks. Zeig mir ein paar Trader-Tricks. Hier, warte. Was, 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 was war das? Was denn? Ach gut, was, was denn? Wer war das? Das war Tobi, das hab ich gerade genau gesehen. Hä? Nee. Hä? Wer war das sonst? Curry. Hä? Ich hab ein ganz anderes Tobi, das kann ich auch befreien. Und seid ihr denn so gemein? Ey, fahr, 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 fahr. Ja. Huf, du hast keine Pistole, Mann. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich gefunden, hab ich gefunden, hab ich gefunden, hab ich gefunden. Ja. Das ging immer schnell. Die Runde war eh, ach komm, ey. Okay. Wir mal paaren. Paaren, 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 paaren. Ah. Achso, da fehlt aber noch was, ne? Da fehlt noch irgendwie das Ding drauf, oder? Ja, da braucht man, glaube ich, irgendwie noch zwei Teile oder so. Ich hab, die hab ja noch nie gefunden. Ey. Machst du mir mal einen AST? Ich dachte, ich wäre... Hä? Warte mal, hä? Warum ist dir Blut? Paaren? Oh. Hä? Wie? Paaren? Die Paaren ist schon wieder Traitor? Das ist doch gar nicht. Wie soll ich denn wieder Traitor sein? Ich hab' mal informiert. Oh, ich war so blöd, ich war so blöd. Warum hast du nix gemacht? Ich war voll informiert, dass du einfach, du hast einfach... Ich dachte, ich war schon tot, weil das die Babygun war und ich hab' dazu gar nicht reagiert und dachte, die muss jetzt die Presse halten und nix mal machen. Und ich hab' jetzt dieses... dieses... dieses Schussanlage aufgestellt. Ach, keine Ahnung. Ich war voll irritiert gerade, so. Ich hab' erst gar nicht kapiert, dass ich lebe und stand dann einfach nur so rum. Hä? Paaren? 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 Nein! Ich hab' keine Ahnung! Ich weiß nicht, wieso ich schon da drin bin! Warte, warte, warte! Ich hab' nicht mehr da drin bin! Ich bin grad voll verwirrt, wieso war ich die Hinschöne? Wieso hast du mich da schossen? Das war ich nicht, das war Pan! Ich hab' auf Pan geschossen und die grad umgebracht, lies meine Street dann! Aber... Ich bin zu ruhig... Wieso bringst du mich um? Die hat mich auch getroffen! Du alte Kackwurst, Alter! Aufgedeckt! Äh? Tobi, der letzte Freund des Menschen, weißt du? Nein, 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 nein! Mit dem Schwanz wehenden kann er! Für mehr reicht's nicht! Nee, das wird's ganz gut sein! Die Grunde war ich der Wurf eigen! Ist kein Blut, nix! Du hast keine Beweise, Alter! Mein Fernseher! Mein fucking Fernseher! Alter! Alter, ich glaub, es hackt! Hans, Junge, Hans! Oh, Scheiße! Oh! Oh! Okay, wir teilen uns, Alter! Leute! Metal-Leute! Was? Alter, was? Han! Han! Ist das nicht so? Han! Han! Wo seid ihr denn alle? Was? Hä? Was ist das denn? Tobi, bist du gerade die Tür aufgemacht? Ich hab gerade die Tür aufgemacht! Alter! Tobi! Sorry! 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 Ich hab die Musik gehört! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist auf der anderen Seite! Alter, was ist das? Das ist die GAP-Gun! Getsch! Das ist die Gap-Gun! Tobi! Wo ist der Mann? Tobi, wo ist der? Ah, Mann! Ich hab ihn! Ah, Mann! Ich muss die Waffe aussendlich schälen! Da ist die Waffe aussendlich schälen! Ich brauche ein bisschen Erfahrung mit dem Waffenverlampen! Da 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 da! Was? Ich bin! Ich weiß nicht, das ist egal! Ich mach gerade nur den Kamel! So ist das! Ich weiß nicht, ich hab den Kamel! Ich bin sicher! Ich freue mich, weil die ganze Zeit der Dup-Step-Sound läuft! Geil, 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 geil! Wusstet ihr das jetzt so? Hilfe! Neee? Hilfe! Neee? Ich hab noch gar nicht aufgefallen. Ich hab nichts! Ich dachte, das wird krampfen. Ich dachte, das wird krampfen. Disco? Ey, das ist gut. Nein, ich hab kein Ticket. Und Preise. Ich mach den jetzt. Bin Traitor. Okay, geil oder? Bin auch Traitor. Traitor Dance. Traitor Dance. Hey! Was war denn da? Hier ist Disco. Was mach? Jetzt noch ein bisschen Lapslepp rein. Warte, ich war nicht jetzt weg. Warte, ich war auch hier. Warte, warte, ich war noch ein bisschen. Scooter! Ey, was machst du mit deinem Kopf? Ich hab gezrob� hazbelglaut. Hab ich das jetzt ne?", tsch�也是 gut wie ohne Korreflex raus chest. Geil. Ach, geil! Ihr seid Scheiße! Habt die Pflanzen in die Luft, wenn du mit mir bist. Pan, war, wenn die Pflanzen in den KlubBDeschreippen da hinten in die Küche gelaufen gerade? Was ist das denn? 1. 1. Traitor! Tor ist Traitor! Ähm, bleib stehen, ich bring die hoch. Ja, auf der anderen Seite der Halle, Pan. Auf der anderen Seite der Halle. Kommi, schlag mich nicht! Ja, guck mal! Kommi, geh mal zum Zug gucken! Boah! Oh! Oh! Du hast mich fast in eine Falle gelockt! Hey, Pan, hey! Willst du mich verarschen? Pan, geh weg, geh weg! Geh weg, Pan! Der Zug kommt! Pan, warst du's? Nein, das kann doch der Curry gewesen sein. Ach so, natürlich. Der war nicht, ich weiß doch, wo der war. Mhm. Ähm. Ähm. Curry? Ja. Wie viel Babys das denn noch? Ähm. 38.000. Ähm. Ähm. Was ist denn, ähm? Ähm. Bist du im Klo? Bist du im... Ähm. Kommst du mehr raus, ne? Was passiert denn hier gerade? Was ist denn hier los? Was denn? Hast du gleich einen Fehler gemacht, den ich mal gemacht hab? Du Verräterin. Ey, 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 ey! Pan, hör auf! Curry, es gibt Beweise! Was für Beweise? Okay, dann spielen wir das Spiel mal richtig. Mhm. Was soll denn die Scheiße? Also Pan, Ja. Wenn du mir jemals vertraut hast, ich bin nicht Traitor. Ja, gut, zu wissen. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ja. Ich werde, ich werde jetzt, äh... Eigentlich wollte ich jetzt Tobi suchen. Ich weiß, wo Tobi ist. Ja, wo denn? Tod? Hier hinten. Ja, woher weißt du denn, wo Tobi ist? Hab ich gesehen. Curry, ich schieß es gleich auf dich, wenn ich nicht... Weil jemand auch nicht rumläuft. Du kannst nicht immer auf mich... Weil jemand auch nicht rumläuft. Ich weiß, wo der ist. Der steht einfach ganz statisch da hinten rum. Curry, du warst der Einzige, der mit Tobi nur unterwegs war. Ja, ich tu nicht so. Du bist der Traitor. Was willst du von mir? Ich bin nicht Traitor. Also Pan, wenn du nicht Traitor bist und ich nicht Traitor bin. Und ich schwöre auf alles, ich bin nicht Traitor. Ja gut, dann kann es ja nur ich sein. Stimmt, hast recht, ey. Oh. Ich erschie... Curry, ich erschieße dich, wenn ich dich jetzt sehe, ne? Curry... Curry? Okay. Okay, das war dann der Tobi jetzt. Toll. Ich kann das Spiel nicht, ich werde nervös. Moment. Oh mein Gott. Ah, okay. Okay, okay, wo ist der? Wo ist der dreckige Sack? Toll. Wo ist der? Ist der beide im Klo? Ich bin im Klo, Pan, Hilfe! Los. Ey, was? Nein! Ja. Ey, scheiße! Das ist doch der dreckige Pan! Mann! Ist das dein ernst? Pan, warum hast du dich geschossen? Das weiß ich auch nicht. Erlebt noch jemand? Weiß ich nicht. Tobi mach keinen Scheiß. Schätzchen, wo bist du denn? Schlucki. Du weißt doch genau, wo ich bin, Tobi. Wo bist du denn? Ich hab mir für dich doch GPS in den Dickdarm pflanzen lassen. Was? Wo bist du denn? Bist du denn auf dem Klo, oder was? Was? Vielleicht bin ich in deiner Nähe. Hast du dich eingesperrt oder halt? Nein, 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 nein. Ach, die Galle. Ich höre dir trapsen. Nein! Wo warst du denn? Was war das denn, Tobi? Was war das denn, Tobi? Ganz am Anfang, vorne. Alter, das Baby kam da so rausgeschossen und hat erst am Bogen gemacht. Das war gut. Wie muss die Wunden hier? Oh, schade. Ich hab dich gesucht, aber du warst so leise auch. Ich war hinten die ganze Zeit im Zug und dachte, du wärst da irgendwo. Ach so, ich war auch im Zug und bin dann rausgeschlichen, weil ich dachte, du wärst vorne irgendwo. Ich hab den Baby so hinterher geschaut, ne? Aber die Bombe war geil am Anfang, ne? Wie ich euch da schön in der Ecke... Ich glaube, wir müssen gleich da... Die Bombe von der Bombe, Alter. Thomas? Nein, bitte, bitte, guck mal, guck mal, denk doch mal nach. Oh Gott. Ich war die ganze Zeit an deinem Rücken. Oh Gott, ich kenne jetzt locker einen Traum. Nein, bewahre einen kühlen Kopf, Pan. Hallo? 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 Hör mir mal zu. Guck mal, ich hab einen Sniper. Du sitzt da ruhig. Ich könnte dir so einen Headshot geben. Wenn ich Trader alleine wäre, dann könnte ich dich locker jetzt abziehen. Du willst die Folge losstrecken. Curry, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir können jetzt locker zu zweit den Trader holen, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin grad hier auf dem Klo. Ich bin grad nochmal zurückgegangen. Okay, warte. Curry? Du kannst mir beweisen. Ja, wie denn? Geh aufs Klo. Nee, ich sperr mich jetzt dann nicht in die Bude ein. Geh aufs Klo. Doch, doch, doch. Dann kannst du mich wieder rausholen, stimmt. Warte. So, und jetzt? Ja, Tür zu. Ja, und jetzt? So, du bist jetzt sicher. Ich werde den Traitor suchen. Ja, toll. Wenn du nicht der Traitor bist, dann hab ich... Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Toll, Pan. Warte, 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 warte. Ich hatte dich, wo bist du? Toll, Pan. Danke. Danke für deinen Vertrauen. Entschuldigung, und jetzt helfe mir bitte. Nö. Jetzt müsste ich dich locker so abschießen, weißt du? Hey, ich hab dich noch... Ey, ey, da ist Dubstep. Ich bin auch Innocent, Pan. Glaubst du mir das? Ja, voll. Echt? Jetzt muss ich ja... Ich trau jetzt gar nicht mehr. Warum nicht? Ich finde, wenn du auf mich ziehst und mich zweimal umgebracht hast. Geil ist wie der Galaxis, Mann. Ja, sehe ich schon. Stimmt, der war zweimal hintereinander, oder? Hm? Echt so? Ja, ja, deswegen. Das ist ja heute ein lustiger Wischmasch. Alles lustig, ne? Ich würde sagen, Vio ist die Chance, aber... Wir kennen doch alle Curry. Die Pan war vorhin auch immer Traitor oder so, ne? Ja, ja, genau. Ey, dann kommt es mehr Curry. Stell mal vor, ich wäre Traitor jetzt, Tobi. Das wäre lustig, ne? Nein! Erfolg, nass du jetzt überhaupt nicht raus sein? NEIN! Ne, Nerkant! H班 ist in der Eisgebeste. N Harry, und ich glaube, die Pan ist nicht entrepreneurship ein. Ne ne, Tuwe. Nein! Ey, kommt, Tobi. Ei, komm bei! Hey, komm! Hilda, hilf mir! Tobi, nimm sie unten rein. derrière mir das collected. Hilf mir! Tobi, äh... Hier, Tobi. Sieh mich doch auf! Schrei mich in der Hand. Verdammter peel! Nein! 간! Tobi! Tobi, wir müssen da helfen! Der Pan ist und leisen! Der Pan ist ganz Comics! Ein netzes Spray! O Gott! Oh Gott, er ist einfach weggegangen. Ja, was soll ich denn machen? Alter, ich bin Stefan Mario. Alter, ist Curry auch tot? Ja. Was hat ein Curry gemacht? Was hat ein Curry gemacht? Tobi, Mann. Was? Was? Hey Tobi, Mann, hast du mich erschossen? Was? Wir waren verloren. Wir hatten fast Ende gehen können, da war eine Treppe, Mann. Du bist ja echt fertig in dieser Welt, Alter. Ich dachte, du wärst Traitor. Ich wollte dich erlösen können. Erlösen? Ja, ich erlöse dich jetzt auch, Alter. Jetzt war ich endlich mal Traitor und alle sterben freiwillig. Was ist los mit euch, Mann? Was ist das? Alter, ich dachte, Tobi wäre Traitor. Was bist du für ein Drecksack? Wir müssen die Folge melden und die neue dann an. Ach ja. Oh Mann. Ja, okay, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh Gott. Komm, die ganze? Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Folge dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Folge. Tschüüüü. Ciao.